Limes Informationszentrum, dem Archäologischen Park und dem Limes Museum, das hier vor 55 Jahren eröffnet wurde. Und das wir heute sozusagen großer Freude wieder eröffnen können, vollständig saniert mit einem neu gestalteten Vorplatz und einer völlig neu konzipierten Dauerausstellung, die ich mir ja gerade anschauen durfte. Kompliment, Chapeau, besser kann man es kaum machen und dazu noch so preiswert. Also ich denke, auf diese Weise wird das Limes Museum in Aalen nochmal ein wirklich großes Stück aufgewertet, als eines der Kompetenzzentren zur römischen Geschichte unseres Landes und als Ort, der Lust macht, sich mit der Welt der Römer zu beschäftigen. Ich sage, ich durfte ja da schon einen Blick reinwerfen und ich muss sagen, der Landeszuschuss hat sich wirklich bestens angelegt, das muss ich sagen.